Ja, ich weiß doch nicht, wie der das gemacht hat, wenn du das kaputt machst. Oder wir gucken im Internet, da steht das bestimmt, wo das geht. Und hier sehen wir die nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, da stimmt richtig, was hat denn jetzt her? Das war 186. Nee, keine verletzten Lautzeitung. Ja, aber ich bin schon gut. Ja, aber ich bin schon gut. Elbe Stunde bestimmt. Das ist ja nicht so gut, ne? Ja, das ist maßlich. Früh. 126. Ein Stück weit anscheinend ist jetzt ganz. Mhm. Okay. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollte WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ich weiß nur, auf der A 44 war jetzt hier, aber wo wir drücken. Das weiß ich nicht. Ich hab auch nur von einem Kollegen gepflanzt. Ach nee, das mit der U-Fall. Ein paar A 44. Das ist auch nicht fest. So, ich bin einfach mit meinen Kollegen. Na, jetzt kommen wir wieder. Ja. Ja, aber die Buchen noch dabei. Das geht halt nicht zu Medium, zu Medium. Ja. 14.23 Gramm hier, oder? Ist das jetzt hier noch weiter gesperrt, oder kann man danach die Breiten hoch? Dann wird es noch gesperrt. Wenn der Bus weg ist, müssen wir noch da auf dem Arbeiten passieren. Wenn ich aufhören, weil wir erst sechs sind, kann doch erst den ersten Bus wieder haben. Das kann doch nicht in die Nacht gehen. Ja. Das ist doch cool. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon ein paar Bauch. Die Fotografie haben wir eben so ganz lässig. Der und die Wanderung. Und der Busfahrer hat mich schon kurz mehr angeguckt. Köln Ich habe es ja schon mal mit dem Wassertuch. Aber das ist eine gute Neufe, wir haben es ja auch ein bisschen mehrumen, aber ich habe es schon gesagt, dass ich es aus meiner thumbs nicht mehr so weit, aber du hast dann noch nicht viel genug, wenn du, wenn du dich in der Luft, du kannst mich auch jetzt immer vorne, Ich saß hier im Bus und auf einmal fängt da hinten die Motor an zu fackeln. Alter, ich fühle mich noch einmal so heiß. Ein Kollege sagte dann, da kommt eine Pflichtwärme raus, verpiss dich mal ganz schnell. Ja, da kann man ja wirklich dann auch nichts mehr machen. Wer hat denn da so einen Motor mal nennt? Von einer Bus hat überhaupt gezogen, dass der Kühl ist. Das ist doch ein Mann, dass ich sage, so was soll ich abhören. Aber sicher geht doch. Ja, na klar. Der Bus ist auch ausgebrannt, das ist ein Mädchen. Der Fahr war um 6,5 Meter bis jetzt. Da ist ja noch nie im Bus wieder sitziger. Dann verachtet man auch nicht die Kcusser casos auch, der ist ja auch nicht. Wenn du meinen Behörden werde dann spielen, kann man euchentscheiden. Was ist hier? ıyor WLAN könnte man machen, ich glaube ein Tablet Hotspotter. Achso. Nein, oder? Nein. Du kommst hier nicht rein, heißt es glaube ich, das WLAN. Nein, der ist von der Verkehrsflampe, der ist von der Verkehrsflampe, von der Vier oder? Ja, genau, das ist immer so, das ist immer so. Die Hemd tragen die eigentlich nur, wenn die groß fahren. Die müssen sonst, wenn sie in einem normalen Wagen ist, die müssen jetzt wieder zusammen aufm fahren. Genau. Tab S. Ach, du bist schon verwundet, ich weiß nicht. Bist schon verwundet? Wie bist du denn? Tab S. Wie heißt du denn? Großes J. Ja. Kleines B. Und 3x19. 3x19, oder? Mhm, also 19x19x19. Müsste sein. Kannst du posten. Dann poste das Bild von mir. Ja. Bei Facebook. Habt kein Facebook recht? Mein Gott. Ja. Weil die dauert dann nicht 100 Jahre, deswegen machst du immer die Gebiete an. Mhm. Naja. Gut, das will man jetzt machen. Da wüsste ich sich jetzt auch vorbei. Ja. 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 Ja.